Ich begrüsse euch, meine Lieben. Wie geht's euch heute? Gut. Bei dir, wie geht's dir heute? Gut, okay. Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir werden heute zusammen ganz tolle Bilder machen. Genau. Ja, was ist dein Thema heute, Jörg? Was hast du mir gesagt? Weißt du? Ah, nein, nein, da war Blumen. Du hast Blumen malen. Und du, Frank, hast du eine Idee schon mal, was du malst heute? Ja. Ja, willst du mir das verraten? Ja. Sag es. Ich bin blühen. Du weißt das schon, ne? Landschaft. Und Landschaft. Landschaft. Ja. Und unten ist Hitfeld. Hitfeld. Ah, sehr schön. Das machst du sehr gut. Okay, guck mal, wir haben so ein schönes Grün. Ja. Ja. So ein Grün? Ja. Machst du jetzt, das brauchst du das mal nicht mehr. Guck mal, mit dem Grün kannst du Blätter malen. Ich zeig dir das, so wie ich das mache. Guck mal, so. So. Hm. So kannst du überall so kleine Blätter reinmalen, ja? Wahrscheinlich machst du das hier so. Ne. Okay. Ja, sehr gut hier. Sehr gut. Bin stolz auf euch. Ah, jetzt brauchst du, guck mal, wir nehmen jetzt anderes Rot, ja? Ja. Anderes, so. Ähm, vielleicht so ein tiefes Rot. Guck mal. Ja. Ein bisschen dunkel. Ja, ich mach das mit Schwarz. Ja. Wow, das ist so. Krässliche Farbe. So. Willst du das? Wenn du das hier so reinmachst, bitte. Willst du rein? Ja, ich komme gleich. Hör, wör, 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 wör. Wann ist die Bilderausstellung? Bilderausstellung ist im Dezember. Das machst du sehr gut. Ja, voll gut. Alles gut, Frank? Ja. Sehr schön. Wer möchte Gold? Möchte jemand noch Gold? Nein. Hier oben, Valentina. Guck mal. Ich hab mit... Gemalt. Drei Bilder gemalt. Jeder von euch hat ein Bild gemalt. Und wir gucken, was ihr alles so gemalt habt. Okay? Anverstanden? Wir fangen mit Valentina an. Ja? Valentina. Valentina hat, wie immer, natürlich ein rotes Bild gemalt. Das ist ihr Bild. Super. Super, ne? Valentina, guck mal. Gefällt dir? Ja. Was sehen wir hier? Was meint hier? Autos. Autos siehst du hier. Was siehst du da? Nein. Sonne. Nee. Ist das Sonne, Valentina? Ja. Das ist tatsächlich die Sonne. Es lebe die Sonne. Das ist ein Sonnenbild. Genau. Toll hast du das Ding hier für Valentina. Applaus für Valentina. So, jetzt kommen wir zu Frank. Wow, Frank hat ein Landschaftsbild. Ja. Und vielleicht hast du auch einen schönen Titel für das Bild. Guck mal, ich zeige dir das Bild. Das ist Franks Bild. Ja. Toll, ne? Ja. Was sehen wir hier, Frank? Ja, ja. Landschaft. Das ist Franks Landschaft. Ja. Wollen wir das so nennen, das Bild? Ja. Franks Landschaft. Genau. Das ist, ja, also guck mal, besonders diese Teile hier finde ich sehr gut. Äh. Dass du das oben so reingesetzt hast, da sieht man ja, das ist so eine warme Landschaft, ne? Etwas mit Herbst vielleicht, so Frühherbst, die Sonne, rote Farbe, das Wasserfluss vielleicht. Etwas so, Frank? Ja, ja. Ja, tolle Arbeit. Applaus für Frank, meine Lieben. Sehr gut gemacht, Frank. Ja. Und jetzt kommen wir zu dir. Mal gucken, was du hier gezaubert hast, Jörg. Was war dein Thema, du hast doch gesagt, du malst. Was solltest du malen? Die Sonne. So eine Blumen wolltest du noch malen? Ja. Ja, die Blumen. Das ist jetzt Jörgs Bild geworden. Baaah. Super, ne? Ja. Wie nennen wir das Bild? Ah, das ist echt toll. Das ist sehr wuchtig ist Bild, nicht wahr? Ja, das ist richtig wuchtig ist das. Äh, Blumen in Hittfeld? Ja. Wo die Hits wachsen. Mhm. Auf einem Feld. Blumen in Hittfeld. Das ist Jörgs Arbeit. Ja. Kräftige Applaus für Jörg, meine Damen und Herren. Gut gemacht, gut gemacht. V voll am Anfang. Kräftige Applaus für Jörg. Vielen Dank.